Hallo Leute und herzlich willkommen zurück beim ETA Schnell zur Anmoderation Naja, bevor ich die wieder fahre, sauf Beste Ja Jedenfalls Haben wir eben noch ein Infovideo gedreht Und da haben wir erklärt, warum art ihr ja nicht da ist Guckt euch das einfach an, falls ihr euch jetzt wundert Wo ist der Hinderter, bitch? Ich mach die fertig Und so weiter Nein, tust du nicht Nein, ich mein jetzt Hört ihn auf Stein bitte Ah ja Steine sind immer gut Warum ist mein Ton jetzt ganz Achso Wieso ist eigentlich ein scheiß Gewitter hier? Ein scheiß Gewitter, wieso ist das scheiß Gewitter hier? Das ist alles deine Schuld Ne, ne Das seh ich gar nicht ein Wir haben einen neuen Mod noch in CD Das können wir gleich noch vielleicht anmerken Wir können es auch sein lassen Ich grab das hier mal grad frei, wo ich den versteckt habe Das wirst du nämlich nie finden Unter der Tappe? Nein, hier Äh, hier haben wir ein World Das ist doch unter der Treppe Naja, so ein bisschen Äh, ein World Anger Plugin installiert Das haben wir auch in Tag It Light gehabt Aber das ist eigentlich genau der Mod Und Der ermöglicht es uns, dass der Ether geladen bleibt Wenn wir nicht drauf bleiben Und das ermöglicht uns wiederum, dass der Weizen wächst Und wir endlich mal verschissene Brote haben, Alter Ja, also so könnte man das nennen Verschissene Brote Ja Obwohl ich Orangen lieber esse als Brot Aber Brote geben mehr HP Also beziehungsweise mehr Hunger Äh, Balken Weiß 2 geben beide glaube ich Nein Ich glaube Brote geben 3 Wurde ich kann weggeschützt Nee, nee, nee Nee, Brote geben keine 3 Kannst du gleich ausprobieren? Ah doch, Ultra Ich sag dir das Ultra Nee, 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 nee Bitte mit dir um, äh, ein Zanitblock Es gibt gar keine Zanitblöcke Ja, okay, denn Zanit, äh, Camstone Nee, weißt du, das ist mir schon wieder zu wenig Okay, dann 2 Na, und ein Snickers Snickers, wann kann ich dir denn mal ein Snickers geben? Ja, keine Ahnung Musst du halt mal deine kostbare Zeit opfern Nee, nee, nee Ich ahn doch mal trotzdem hier die Orangenbäume ab Orangenbäume Hab ich doch eben schon Wie schnell wachsen die nach? Orangenbäume Aber irgendwie hab ich gerade den Baum zerstört Oh, Mann, du machst auch alles kaputt Naja, dann müssen wir halt neue Bäume setzen, pflanzen Nein Setzen, pflanzen, setzen, pflanzen, setzen, pflanzen Wenn wir uns nicht leisten Wir haben kein YouTube-Money Fübst da mit Finanzmanagement Ja Ähm, was wollte ich machen eigentlich? Sag mir mal was, Alter Äh, du wolltest dieses Nadine-Texture-Pack aufnehmen Ach ja, das wollte ich Ja Stellt euch einfach mal so ein Texture-Pack vor, wo die Villager die ganze Zeit so sagen Boah, ey Wirst du niemals hinkriegen Erdbeerkäse Das wär doch so geil Ich könnte das sogar jetzt schon in meinem Ressource-Pack hier auswechseln Ich glaub, das mach ich auch demnächst Und dann stellen wir uns hier so einen Villager hin Spawn hier so einen Villager Und er sagt dann so den ganzen Zeit Boah, ey Und Nein Doch Na Das ist die Idee, das mach ich heute Abend mal Das mach ich heute Abend mal Doch Ich hab gedacht, du willst schlafen Du willst doch noch uns verfolgen Dafür ist immer Zeit Ja Da bist du mal Zeit So, hab ich denn ne Axt dabei? Nein, ich hab ja keine Axt dabei Wieso hab ich keine Axt dabei? Ist alles deine Schuld Hier das Projekt eigentlich schon draußen Was wir Haben wir erst gestern aufgenommen Was für ein Projekt? Äh, es hat was mit Bauern zu tun Achso Ne, das ist heute noch nicht draußen Heute ist ja Donnerstag Glaube ich Ja, denn Dieses Projekt wird es auch natürlich wieder meiner Sicht führen Aber in Lager nur 720 Pixeln Und Pixeln Schwarze Ränder Naja Es hat einen Noob Er kann nichts dafür Ich kann nichts dafür Du hast mir die falschen Einstellungen gegeben Ist klar Ja Ja, genau Jetzt wieder alles auf den Klein Groß Dicken Wat? Ich wollte erst großen Dicken schieben Äh, aber Ne, es kommt falsch Eigentlich erst das kleinen Dicken Weißt du? Ich hab uns jetzt mal ne Treppe gebaut Schöne Thema Überführung Ja, 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 ja Äh Ne Treppe gebaut Die hochführt Äh, damit wir nicht immer so einen Kack Umweg laufen müssen Und ich hab immer noch Kissen auf den Schoß Was mich grad Vielleicht blockiert So Mal eben übern Hast du eine Blockade, ja Ich hab eine Blockaction Ja Blockaction Das ist sowas wie Inception Nur mit Block Nur mit Blöcken Dismus Ähm Ja Man muss das verstehen Nö Karotten Wir haben hier Karotten Hallo Karotten Ja, Karotten Yay Ich hab mir den Baum hier draußen weggemacht Wollen wir hier oben richtige Äh, normale Bäume emppflanzen So aus der echten Welt Bäume, Bäume Na dann können wir uns hier so eine echte Welt aufbauen So eine künstliche, echte Welt Was? Eine künstliche, echte Welt? Ja, geil Ich weiß nicht, was du meinst Mach einfach Mach doch einfach, was du willst So normale Vanilla Vanilla Eichenholzbäume Aus dem Normalen Ding Das geht glaube ich gar nicht, oder? Doch, das müsste gehen Das glaube ich aber nicht Du kannst es gerne ausprobieren Aber Es hindert Oh, das ist Sanit Oder ist Sanit? Das ist echt die Aufmerksamkeitsspanne Von einem Dreijährigen Kann das sein? Nein Sanit Tot Nö Oder? Fast Aber Geht noch Ich sitze jetzt in der Spalte zwischen unserem Haus und unserem Dingsfest Ha Das erklärt vieles Ich weiß auch sofort, was du meinst Alter, was ist hier denn los? Ohne Scheiße, Alter Eigentlich haben wir Spitzhacke oder was? Nein, haben wir nicht Spitzhacke sind Überbewertet Okay Äh, weiter im Text Hab ich denn? Ja, ne Wolke Ich hör eine Aua Ich hör eine Ah Ähm Was wollte ich Kannst du mich mal in Ruhe lassen? Kannst du mich mal bitte in Ruhe lassen? Blöde Wolke Ja Doch Scheiße Sagt der Nein Geht gut, ja? Ja, ja Ja Nee, ihr geht sehr gut Und ihr? Läuft bei dir Äh, was ist passiert? Tell me Jetzt Bleibt doch noch Noch Ja, noch Noch Ist nicht Gut Genug K K K Irgendwie sieht die Treppe komisch aus Und irgendwie kann ich gar nicht steuern Ha 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 Ah, endlich kleinen Moment mal Was zieh ich denn jetzt mal hier ab? Oh Oh Hört man mich noch? In näher Meine Maus Ist getrennt worden Nett Geil Ähm Wie passiert sowas? Das passiert Die Frage Indem der äh USB Hub Kaputt ist Indem deine Maus Angesteckt ist Zu wenig Strom bekommt Wie passiert sowas? Okay, er geht wieder Er geht wieder So An die Gravel oder sowas Deswegen an diesem Mikro Äh, an diesem USB Hub Ist auch mein Mikrofon angeschlossen Das wird wahrscheinlich Einfach so viel Strom ziehen Dass der USB Hub Dann nicht mehr Hinterher kommt Das kann gut sein Warum hast du zwei Ach, vergiss es Ich verstehe deine Logik nicht Was habe ich? Warum hast du dein Mikrofon Und an, äh Und deine Maus An den gleichen Hub Angeschlossen Ja, weil Mein PC Jetzt neuerdings Seit dem neuen Design Meines Zimmers Unter dem Tisch steht Also ganz weit weg Im Prinzip fast in einem Schrank Irgendwie willst du da CDs Einwerfen? Du benutzt schon CDs, Alter Alter Wenn du dir mal ein richtig Geiles Game kaufen willst Mein CD-Laufwerk Hat noch nicht mal Strom Das habe ich abgeklemmt Alter Wenn du dir jetzt Weißt, was ich Also ich könnte es wieder anschließen Ohne weiteres Aber Ja, natürlich Mein Netzteil ist Sowieso irgendwie im Arsch Deswegen, ich brauche den Slot Alter Alter, dafür könnte ich dir jetzt Mit diesen Treppen Oh, jetzt habe ich eine Fackel aufgebaut Egal Die hier sind schöner Weg damit Was? Weg damit Was machst du? Fackeln sind schöner Du bist Hier, behalt deine normalen Torches Hier Weg Wenn man auf einer Kiste steht Kann man nichts platzieren Echt? Doch Kann man Oh, ging eben nicht Hat gelaggt Man kann nur nicht da drauf schleichen Und äh, drauf bleiben Sneaky, sneaky Oder wie, oder was? Sneaky, sneaky Oh Gott Ähm Ich bräuchte ein paar Sticks Ich bin schon wieder dunkel Weißt du, ein paar Sticks bräuchte Ich habe keine Sticks Ich habe Sticks Gemacht Sticks Man kann übrigens Bäume doch im Äther pflanzen So, normale Vanille Vanille, Vanille, Vanille Bäume Vanille Vanille Vanille, 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 Vanille Gravel Äh, theoretisch ja Außer die zwei, die ich schon gesehen habe Vanille, 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 Vanille Boah Haben wir oben noch welche? Äh, unten noch welche Du kriegst einen Brainfuck, wenn du so was Äh, wir haben hier ein Gravel Äh, toll Wir haben hier drei Gravel Äh, warte mal Äh, wir haben hier vier Gravel In verschiedene Kisten verteilt Übertreib mal nicht, Alter Übertreib mal nicht Wie geil ist das denn? Überall so ein bisschen, weißt du? Geh ich jetzt runter Und fahr mir mein eigenes Gravel Gravel? Machst du da deine eigene Gravel-Welt? Gravel mir gleich ein Das wird sich schon wieder falsch Oh, jetzt ist die Wolfe runtergefallen Bring mal Oakwood-Zaplings mit, Alter Wie soll ich mir die von jetzt Nachvergessen? Ne, du bist da direkt unten Ne, ich bin noch oben Du gehst doch aber jetzt runter Nö Hattest du gesagt Das ist gerade beschlossen, dass du runtergehst, Alter Ne, wer hat das gesagt? Oh, da war ich lange nicht mehr Teleport in 3, 2, 1 Hattest du überhaupt gekloppt, Alter? Hey, hier fehlt Sound Habt ihr Sound kaputt ge... Ihr habt Sound kaputt gemacht? Ihr habt Sound kaputt gemacht? Muss töten so anscheinend wurden meine sachen aus der kiste auch entführt also ich war es ja nicht ne ja ja es ist alles adrian also das ist nicht verschwunden das ist immer noch da also du brauchst du da jetzt keine sorgen also hier sind fast zwei stacks obwohl es das reicht ja ne ja also ich will heute unsere base ein bisschen einkleiden das ist nämlich die idee weil dann kommen die wolken auch nicht mehr so an unser haus ran telefon telefon meine mutter kann das ja meine mutter kann das jetzt mal machen weißt du die macht sowieso den ganzen tag nicht so reichen die saplings hier natürlich nicht bringt saplings mit habe ich doch da kommt nun mal her ich sehe dich gar nicht alter hier hier hey da kotzt die luft direkt mal oak saplings aus cool ja du musst verlangen nicht ich wenn so ein fehler ist eigentlich es können beide relocken ist eigentlich egal wir sind doch noch green sky yolo 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 hier ist das ist ein bisschen was keine Ahnung hatte dazu die leichte lange weide leichte lange weide ich pflanze Bäume für die Kanzel ganze ich bin ich bin ein öko öko so baum b.com baum baum Alter gegen alter ist der schnee gewachsen der baum ach ne das war ja das war der ja gar nicht baum bricht jetzt nochmal richtig aus baum 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 alles klar bei uns oder wie oder was nö ich glaub ich glaub wir gehören in die klapse pfft das ist schon länger save the world da sagt er so weiter gleich was ich hab grad echt gedacht du bist gestorben Nööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö. Das ist ja völliger Quatsch. Ich stopb doch keinen. Ich hab zu wenig Gravel. Zu wenig Gravel. Hast du Gravel. Hast du Gravel Mangel? Ich hab mir grad fast ne Steck geholt. Ich kenn einen Gravel Dealer, alter. Woah. Mach dir gutes Angebot. Na danke, ich ich nehm sowas nicht. jetzt komm schon wachse du scheißbaum der weg sieht richtig geil sorry für die kraft ausdrücke aber manchmal muss ein mann er ist echt super aktiv wisst ihr leute er ist super aktiv er kann nichts dafür genau er muss einfach mal ab und zu es raus lassen einfach mal scheiße sagen warte mal das war eine andere krankheit aber egal ist alles dasselbe hier noch ein bäumchen da noch ein bäumchen wenn ich mich da runter grabe falle ich denn ich glaube schon guck mal ich habe bäumchen gepflanzt ich sehe dich oh doch sehe ich habe angst wenn ich mich hier runter grabe dass ich dann im todfalle das kann passieren aber das ist das berufsrisiko aber das ist stimmt das player haben auch ein berufsrisiko sie können in den tod stürzen was ist da los das hat bisher noch keiner erkannt ja hier ist so ja was ist wenn ich mich eigentlich hier hinkam wir haben ein gewisses berufsrisiko schon zu weit hey hey wir haben hier kürbisse damit könnte ich eigentlich kürbislaternen machen oben auf dem auf dem dach das ist jetzt echt zu weit treppen zum hochsteppen decken steppen du kannst auf der auf treppen einfach mal so hoch steppen so step so step step ne nicht so step step oh baby du bist das eigentlich noch mal her weiß ich nicht ich habe eine jack o'latern ich habe drei jack o'latern das war knipp 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 das war knipp ja war das ich habe eine jack o'laterne um eine jack o'laterne mit mir was habe ich sechs wo ist die kacki wo ist die kacki wo ist die kacki wolken hin hast du eigentlich den hashtag des tages schon gehört alter ich benutze keine Hashtags ich benutze schon benutze schon welche ich bin fast tot ja dann sag mal an hier was ist denn der Hashtag des Schokorakete umgespielt aka simon hat den begriff Schokorakete geprägt als er in einer adventure map oder so keine ahnung was es war auf so ne auf so ein komisches gebilde aussah was so wie so eine rakete aussah was vorne so scheiße dran hatte also wie eine Schokorakete und dann kommt real real hat ja auch ein twitter account also real der real mag ne weißt du hat ja ein twitter account und schreibt dann habt ihr problem ist bei euch eine Schokorakete gelandet wir haben auch toilettenpapier echt jetzt das musst du nachher mal gucken bei twitter ich habe kein twitter musst du einfach nur realmarkt suchen auf twitter da siehst du ja die hersteller ich will es aber nicht suchen um das fand ich schon sehr lustig schon sehr lustig das glaube ich dir mein junger Spund da wollen wir wenn ich meine Rüstung endlich mal fertig habe endlich mal in den Dungeon gehen könnten wir machen damit die Leute mal was zu sehen zu sehen haben das ist mal Abwechslung aber wir sollten erstmal Moment wir sollten erstmal das hier wieder einstellen Alterne, Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne Alterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne naja kennt das nicht aus natürlich die Kürbis sehen voll kür aus irgendwie auch bei Tag wenn die so leuchten so kür? kür? kree alter servus Mensch du kennst der Typ echt sein aha du kennst das aber oder? ich mein nur von der Höhe du kennst das aber ja natürlich kenn ich das aber ich find's so affig Alter zwanzigtausend Likes eiskalt alter servus du musst grad richtig leiser ich feiere das grade wie viele Minuten haben wir eigentlich schon 18 Minuten, ach die Scheiße Okay, Leute Wir sehen uns, glaube ich, erstmal beim nächsten Mal wieder Guckst du jetzt noch die Laternen an, bitte Ne, ne Ich mach mir gerade erstmal meinen Brustpann Ich tp dich, ohne Scheiß, ich mach das Ich bin doch schon hier Warte Ich muss hier noch ein bisschen was Was umgraben, Alter Ne, vielleicht bin ich da Und dann bin ich da Wenn ich einmal da bin, dann bin ich auch schon da Und dann bin ich da Erstmal rumtrampeln Bitch So Was wollen wir mit dem ganzen Zeug Was wollen wir überhaupt mit dem Zuckerrohr Zuckerrohr kann man immer haben Ne Ich hab das Default Texture Pack Also brauchst du mir nichts von zu sagen Wieso hast du das Default Texture Pack Bist du behindert? Weil ich das alte nicht mehr hab Ne, dann schick ich dir das gleich mal Damit du wieder cool wirst Aber wie sieht das mit den Kürbissen aus? So So Rein von der Optik Ist das Symmetrisch? Nö, hier muss einer hin Ja, stimmt Dann ist das natürlich Noch nicht Schnicke hier Und ich hab einen Melonsamen So Kannst du mich hier wieder sehen? Ja, ich seh dich Ja Okay, jetzt hab ich ihn wieder Ich muss immer mein Inventar in der nächsten Folge aussortieren Hier Neim 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 ich nicht Doch Nimmst du Ich hab eh keinen Platz im Inventar Ne, scheiße Die Lampe könnte ich einnehmen Okay, jetzt, jetzt beende Jetzt hast du ihn Klar ist Okay Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Eta to Keta Genau, so sieht's aus Äh, ja, bis zum nächsten Mal, ne? Haut rein, mal ist gut auf der Sehen Ah, es ist aber Tschüss Tschüss Ach, ja Tschüss